Patientenzufriedenheit hat viel natürlich mit pflegerischen, mit medizinischen Leistungen zu tun. Alle, die hier arbeiten, haben einen wichtigen Auftrag. Aber Patientenzufriedenheit hat auch mit Essen und Trinken zu tun und wir freuen uns daher, dass unser Cafeteria hier im neuen Gewand jetzt wieder eröffnet ist. Wir hoffen, dass es gut ankommt hier in der Klinik bei Patienten, Mitarbeitern, aber auch bei Angehörigen, aber auch bei Nachbarn, die hier bestimmt auch mal einkehren werden. Bis zum nächsten Mal.